Ich suche jetzt noch mal so ein Schrein. Was? So ein Schrein, der hier mal so rumstand. Ein Schrein? Ein Schrein. Weiß ich nicht, was du meinst. So ein Schrein. Ich hoffe mal wenn, aber... Jetzt leuchtet hier mal was auf der Karte. Leuchtet was auf der Karte? Ja. Soll jetzt hier so ein Typ, so ein Vieh töten? So, geschliffenes A und Holz. Ich hab der da mein fehlendes Rezept. Nein, auch nicht. Okay, gut. Ist das ready? Bringt etwas unbearbeitet. Ihr könnt erlernen mit. Okay, Ahornbogen muss ich jetzt machen. Ein Ahornbogen. Geschliffenes Ahorn. Okay. Ohne Nehmenstein? Ne, lieber nicht. Stil. Auch wohl immer so ein Stil, oder was, oder wie. Keine Ahnung, ich klicke hier einfach irgendwas, ey. Das ist ja nicht. So, jetzt muss ich den wieder kaputt machen. Verwerben. Okay, zack. Verwerben. Molybden. Mehr hab ich nicht rausgekriegt. Schade. Inspiration und Pech krieg ich. Jetzt kommt Schneider Zertifikat. Oh, jute Phase. Kriegst du denn solche Zertifikate? Ja, weil... Mensch, die werd ich auch gleich noch kriegen müssen. Die kommen bestimmt auch gleich noch. Warte mal ab. Oder weil ich mich eben für Dings entschieden habe. Für den Weg. Von den dreien. Ich weiß ja nicht. Ja, aber ist doch scheiße, Mann. Was ist denn scheiße? Naja, mir fehlt irgendwas. Aber das ist rot. Das seh ich nicht. Da steht unbekannt. Ja, warte doch mal. Vielleicht krieg ich die auch gleich noch. Weiß nicht, was da fehlt. Immer ganz entspannt, so. Achso, du kannst dir daneben sogar noch was kaufen, was der hat. Er hat hier daneben auch noch was. Hier stehen immer so ne Händler daneben. Vielleicht musst du bei dem was kaufen. Äh... Ja... Ah nee, jetzt hat der aber der Typ hier wieder ne Quest. Braucht deine Freundin Hilfe. Äh... Ja, was brauchst du? Ja, die braucht irgendwie für so ne Rune. Irgendwie so ne Runeherstellung. Vitamin-Rune oder so. Was braucht die da irgendwas? Aber was genau wissen wir auch nicht. Ne, das ist rot. Da steht nichts da. Da steht unbekannt. Kenne ich noch nicht. Stimmt, in der Tarune eine unbedeutende Kniefe. Aber jetzt... Aber die Dings-Quest hab ich jetzt. Ne andere Quest hier irgendwie. Wieso hast du jetzt ne... Hä? Wieso hast du da ne andere Quest? Denk, man muss die dann... Man muss die ineinander machen. Ne, die ging ja auf einmal. Achso. Achso, du kannst sie ineinander machen. Okay. Ja. Keine Ahnung. Also der hat mir eh zwei gegeben. Jetzt hab ich die andere noch mitgemacht. Okay. Das wusste ich noch gar nicht. So, ich brauch jetzt Jute-Fasern. Woher ich dies auch immer kriege. Achso, von da. Okay. Also das sind Sammeldinger, die ich jetzt habe. Jute-Fasern. So. Mal gucken. Mal gucken. Ich hab ähm... Was? Da gibt's da... Verzauberungstisch. Jetzt hab... Ne, doch nicht. Warte. Unbekannt. Ja, weiß ich nicht, was der will. Unbekannt. Ich weiß es auch nicht. Kann ich dir leider nicht helfen. Weiß ich auch nicht. Ich guck jetzt, ob hier neben dem Typ steht. Ach da. Das sind so ne Pflanzen. Alles klar. Gucker. Ich verstehe. Das sind so ne Pflanzen. Dafür sind also die Pflanzen da. Kann man das googeln? Bestimmt. Ich google das jetzt so. Bestimmt kannst du das googeln. Ah, stimmt. Rohmaterial, Schneiderei. Ah, okay. Also Rohlederfetzen ist auch für die Schneiderei. Okay. Gut. Junge, die Buben... Junge, die Jute... Jute... Junge, die Jute... Junge, die Jute... Jutefaser. Däm... 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 Sammeln ist ja genau meins. Wisst ihr. Ich bin eigentlich nicht so gern der Sammler. Bei mir muss es gleich losgehen immer hier. Ich habe in keinem MMO irgendwie einen Beruf oder sowas großartig gemacht. Die habe ich immer zum Schluss hingeschoben. Jetzt weiß ich auch, was mir fehlt. Im Tagebuch könnte es genauer stehen. J-Taste, sagt er. Ja. Was ist die Hände jetzt hier, Alter? Hast du gehört? Ich habe gefunden. Ich habe hier, es steht genau, welche ich brauche. Aha. Also doch beim Händler. Jora, Okko und Taa brauche ich. Also sie hätte beim Händler da was kaufen müssen. Sie hat sozusagen die Grundruhen nicht dabei gehabt. Deswegen konnte sie das nicht erstellen. Na, hoffe ich. Also ich hoffe, dass das der... Ja, ich denke schon. Damit hat sich das bestimmt erledigt. Aber es gibt ja so einen schönen... Es gibt Onkel Google, der verrät alles. Es gibt... Ähm... Keine Ahnung. Oh Mann ey, wenn du keine Ahnung hast, Okko ist dieses eine grüne Ding. Eine Okko... Ich glaube, wir können da bestimmt auch kleiner hin. Okko ist das nicht. Ich google das einfach. Dann... Handschuhe... Handschuhe... Oho... Oho... So, jetzt muss man es wieder verwerten. Ist der denn hier ein Schweinchen? Oh, wo ist es sonst? Ein Stachelschweinchen. Höhöh... Mit Pfeilen drin, ok. Die sieht ein bisschen gruselig aus. Da gehe ich lieber weg. Ah, ich glaube, die muss ich finden. Glaube ich zumindest. Oh, was ist hier los? Handwerksschriebe. Schmiedeschriebe betrachten. Ah, ein Schrieb vom Sprett nehmen. Schmiedeschrieb, die Scheinheit... Ach, das sind die Delis. Ah, ok. Stellt normale Ahornbögen her. Stellt normale Ahornschilde her. Alles klar. Ja, jetzt habe ich das raus. Antiquität... Okay. Gut. Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Ich glaube, die muss ich finden. Das Zeug bekommst du für die Tagesquiz? Wie? Also, wenn ich die herstelle, bekomme ich die auch denn sozusagen, oder was? Oder meinst du, die Mats bekomme ich jetzt? Äh, nö. Hab nichts bekommen. Können wir mal gucken. Wie ich die herstellen kann. Ah. Hast recht. Rüstung und Schild. Achso, steht da welche Stufe? Ist egal, ne? Stellt normale Ahornbögen. Okay. Okay. Wale Ahornbögen. Hier schreien die alle rum, ey. Du kannst sogar mit F auch die Handwerksgegenstände gleich kaufen. Da bist du. Ne, die anderen Dinger muss ich alle finden. Hab ich schon nachgeguckt. Das ist eine Suchquest. Also, wer sucht, der findet. Ja, der benötigt ja Molli, denn benötigt der hier. Was ist das denn für eine Kacke? Oh, danke. Hä? Jetzt, oh, buff. Jetzt ist halt die Quest sogar gleich beendet. Wieso kann ich das nicht machen? Gucken. Oh, Molli denn? Lol. Quest anschließen. Hä? Ich drücke auf Einkaufen und der macht das hier nicht. Ah, jetzt habe ich die Schmiedezertifikat. Handwerksgegenstände kaufen. Ein Stück reicht ja, ja, aber beim Bogen nicht. Guck mal. Jetzt habe ich auch Schmiedezertifikat. Will er nicht machen. Ja, habe ich gehört. Toll. Was brauche ich denn das Zeug noch? Ich schaffe das, dich einzuholen, ne? Hoffe ich. Ja, ja, ist doch okay. Mach da. Kronen-Shop ist echt Geld ab und dann bekommt man da was geschenkt, ja. Irgendwie wird das gerade ja nichts. Ich brauche dieses Jibdum oder wie das heißt, ja. Wer von euch war denn gerade überhaupt diese, die nette Dame in bunt, naja, in bunt, die immer anders aussah? Hä, ich habe das Zeug nicht mehr. Ja, warte. Ist das ein Handwerksbeutel von der Quest? Nö. Ah, hier, Handwerksbeutel. Ah, ist gesperrt. Wegen SO+. Ah. Können entnommen werden, aber nicht eingelagert. Na, ISO+, ist ja das, wo du alle Add-ons hast, ne? Ja. Aber ich kann es halt nicht nehmen. Handwerksbeutel ist gesperrt. Eisenerz. Ja. Danke. Danke, danke, danke. So. Ach, da unten ist das Eisen. Okay. Wo bist du jetzt? Also Schreiner und so konnte ich gerade auch alles annehmen. Naja, gibt aber schon wieder nur einer. Ja, jetzt fehlt mir wieder dieses Ahorn. Denke ich auch, dass wir das vielleicht nicht geändert haben. Oder ist ein Handwerksbeutel drin, aber kriegst du halt nur, wenn du das erste Mal ISO gemacht hast. Dann wird das da drin wahrscheinlich eingelagert. Ja, ist nicht schlimm. Okay, gut. War ja ein Versuch wert. Okay. Ähm. Ach so, hast du gleich was mit? Das ist ja klasse. Danke. Das ist ja klasse. So. Ist genug Material? Ja, ist gut. So, beliefert den nächsten Quartiermeister. Ähm. Wo ist denn der? Also die Quest, die du gerade machst, habe ich jetzt auch alle, ne? Also die konnte ich mir gerade aussuchen. Da unten ist der. Okay. Warte mal. Ähm. Jetzt brauche ich auch noch etwas für Schmied. T. Ähm. Seltene Pilze. Was ist hier? Steuerabzug. Abla. Verwerte ein Schneidergegenstand. Ähm. Ja. Muss ich noch mal verwerten. Ja. Ein Jutta-Handschuh verwerten wir mal. Ja, dann geht's. Okay. Gut, das ist erst mal erledigt. Das Schneiderzertifikat ist dann auch fertig. Schön. Okay. Gut. Oh, jetzt kommt der nächste hier. Daniel Taleno. Oh, Versorgungszertifikat kommt jetzt. Alchemie. Alles klar. Da steht auch da, Versorgung musst du dir kaufen. Er lernt das Rezept für Schweinebraten. Durchsucht die Kiste von Daniel Taleno. Äh. Wo ist denn die Kiste? Was für eine Kiste. Äh. Äh. Hier zu mir zurück, sobald ihr das Rezept... Äh. B-b-b-b. Ne, warte mal. Ich muss halt mal lesen, ja. Versorgerzertifikat. Falls ich keines finde, sollte ich Schubladen und Regale durchsuchen. Aha. Schubladen und Regale. Ich weiß. Musste irgendwo hier drinnen sein. Ja, die Frage ist, wo ist denn seine Kiste? Hinter den? Nee, eben nicht. Fischler. Nee, ist ja nicht hinter dem. Im Haus bei Zanello, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber wo ist das Haus? Steht das irgendwo? Ah, hier. Ah, hier steht so. Aha. Ja, dann suchen wir das mal. Was ist hier? Jetzt kann ich Handwerk schreiben. Nee, ich lasse das erst mal. Sonst beschäftige ich mich den ganzen Tag wieder nur mit Dailies. Mit nichts anderem. Ja, das sind es aber so, die meisten Spiele. Ja, ich weiß. Ich bin falsch, ich muss da hinten rein. Hast du das schon gemacht, ein Haus von Zanello? Wie? Versauer-Quest, hast du die schon gemacht? Oh, keine Ahnung. Ich habe hier irgendeine angenommen, aber... Ich weiß gar nicht hier. Ich weiß gar nicht hier. Hm, da oben ist das. Schafft unbearbeitete Aronholt. Da, 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 da. Ja, das ist draußen. Ja. Ja, ich habe dieselben Quest wie du. Ja, ich glaube, ich mache genau das, was du gerade hattest. Ja, ja, natürlich. Das ist das Ganze, das ist dasselbe. Nur, dass ich halt die Vorquests halt andere hatte. Nee. Na doch, ich hatte das ja mit den Ruhnen. Äh. Äh. Oh. Ich darf das sogar nehmen. Du bist aber nett. Also. Jetzt habe ich es. Zack. Siehst du. Verläuft sich mal in dieser Bude? Ähm. Ja, es geht. Also, wenn ich jetzt nicht wüsste, wo ich hin müsste, dann würde ich mich auch verlaufen. Aber ich richte mich eigentlich nach diesen... Bärnchen, Pünktchen oder was auch immer das hier durch dieser... So, jetzt bin ich schon wieder draußen. Jetzt geht es ja wieder. Ähm. Ja. So, musste ich nicht noch was für die Schmiededink. Muss ich da nicht auch noch was herstellen, sag mal. Jetzt bin ich ja ein bisschen verwirrt. So, nee. Ich hacke gerade Holz, deswegen. Was ist das? Ich musste doch gerade irgendwas herstellen. Äh. Schreinerlieferung. Die Waren in die Kiste liefern. Ah. Okay. So. Gut. Abgeschlossen. Schreiner schrieb. Okay. Errungenschaft. Freigeschalt. Erstlingswerk. Wow. Ich habe einen Erfolg. Nee, was für ein Erfolg. Hier gibt es doch gar keine Erfolge. Doch, hier gibt es Erfolge. Wahrscheinlich, dass ich halt meine erste Daily gemacht habe. So, 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 Daniel. Hier hast du dein Rezept. Besorgt etwas weißes Fleisch. Ich habe keine Ahnung, was hier Daily ist, was nicht. Was sind denn ständig diese hellblauen Pfeile hier, die hier rumschwören? Was für hellblaue Pfeile? Ständig haben hier diese Tafeln hellblaue Pfeile. Ja, das sind Dailies. Oh, die habe ich alle jetzt mitgemacht. Ja. Deswegen. Ich habe das nicht angenommen. Weil ich jetzt erstmal sonst... Doch, gibt es ein Handbuch, wo alle Erfolge drin sind. Ja, ich weiß. Und zwar, wenn du hier bei, warte mal, Tagebuch... Eisenkirchen. Und dann gehst du mit deinem Tagebuch, hast du hinten die Errungenschaften. Da kannst du halt sehen, was du halt alles machen kannst. Das sind halt wie Erfolge. Eisenkirchen. So. Gut. Stellt etwas Schweinebraten her. Wie mache ich denn das? Einfach so? Jetzt hast du die Quest, die ich hatte. Schweinebraten. Natürlich, habe ich doch gesagt. Das sind alles die selben Quests, die wir machen müssen. So. Schweinebraten herstellen. Lecker, lecker, lecker. Wo stelle ich denn ein Eisenkürras her? Eisenkürras? In der Schmiedestelle hier vorne. Da, wo ich bin? Ja. Ja, wie? Ach, ja. Ich kann ja... Hier links oben ist ja auch noch was. Habe ich gar nicht verfolgen. Jetzt kommt Verzauberung, siehst du. Verzauberung. Beschafft eine Tar-Aspektrunde, beschafft eine Okko und beschafft eine Jora-Machtrunde. Das steht sogar da, Mädel. Das steht doch sogar da, dass du das beschaffen musst. Ja, weiß ich. Und dann auf einmal nicht mehr. Das war ja das Erste. Das war ja auf der Karte auch markiert. Aber dann nicht mehr. Dann musst du die selber suchen. Bratäpfel haben wir sogar gekriegt. Äh, wie mache ich jetzt Eisenbahnen? Ohne dass ich... Schweinerkästchen, Lieferung mit Holz, Ahorn. Das steht doch noch keine Eisenbahnen. Lieferung mit Holz. Siehst du, jetzt habe ich genug Holz. Gut, ich stelle ich nochmal Eisenbahnen her. Achso, ich habe das schon gesagt. Äh, was? Eisenbahnen? Ja, weil veredelt. Du musst veredeln erstmal. Und dann stütze Eisenbahnen her. Achso, du hast jetzt die Deli, machst du, ne? Nee, ich mache, äh, Schmiede, Schrieb. Stellt normalen Eisenkürass her. Ja, Schmiede, Schrieb sind die Delis. Achso. Ja. Okay. Das sind die Delis. Dann brauche ich das erstmal nicht machen, oder? Wenn du nicht willst, nein. So, ich packe das erstmal an die Bank hier. Das ist nämlich zu viel hier alles. Archimästisches Harz. Ach, nicht entnehmen. Warum? Äh, das können wir da einlagern. Geschliffene Eiche. Geschliffene Aar und Jute. Können wir alles einlagern hier. Schön. Schön, schön, schön. Saum, Schweinebraten, Seelenstein. Winziges Reparaturmaterial. Erlaubt die Reparatur von gegensten aller Stufen. Okay. Das packen wir auch erstmal weg. Gut. Oh, schon war. 500 Dollar, äh, 500 Dollar. 500 Gold haben wir wieder gemacht. Ist gut. Trotzdem noch mittlere Rüstung. Tja. Ähm, was wollte der jetzt machen? Diese Schriebe sind nämlich überall verteilt. Ja, ja. Versorgerschriebe. Gut. Also sie sind Versorgerschriebe. Da hinten sind sie zum Herstellen irgendwas. Und ich glaube, das habe ich aus Versehen gemacht. Warte mal. Will den wir mal. Ruhnsteine. Ah, kannst du sogar auch sammeln. Guck mal, die Ruhnsteine. Er zeigte sogar auch an, wo das sammelt wird. Ja, das ist die erste Quest schon. Aber ich habe wahrscheinlich die andere Quest gemacht. Und deswegen waren die anderen Quests nicht mehr da. Ach, keine Ahnung. Irgendwie. Die Frau hatte bei mir bis eben keine Quest. Ja, wer weiß, was das war. Keine Ahnung. Immer alle Trubblüller, die in der Welt versteckt sind, gibt Items, die man brauchen kann oder verkaufen kann. Okay, Meister. Das machen wir. So. So. Sammelt Ruhnsteine. Mal gucken, ob die das, glaube ich, vielleicht tropfen. Verwerten. Ist das hier alles? Ja. Oh, die kann ich gleich hier sammeln. Ah, die sind sogar an der Welt verteilt. Guck mal. Oh, da, wo du bist, muss ich ja... auch hin. Ich muss Jute sammeln. Jute? Ja, das ist hier. Guck mal, hier stehen Ruhnsteine rum. Deshalb. Ah, hier. Hier hättest du alle gehabt. Mit einmal. Zack. Ja, die hatte ich doch. Oh, wie oft denn noch? Die hatte ich doch. Ach, du hattest die schon. Okay. Ja. Und dann habe ich irgendwie eine Folgequest gehabt, dass ich einen bestimmten Stein herstellen muss. Und die hatte ich nicht. Ach so. Und bei mir ist hier kein Ruhnstein da mehr. Bei mir ist da Ente. Gucke hier, ist leer. Ja, weil ich den gerade genommen habe, wahrscheinlich. Nein, der war auch da vorhin nicht da. Absolut. Der ist nur für die Quest da. Okay. Dann ist der nur für die Quest da. Können wir denn ab sofort hier diese Pflanzen sammeln oder was? Können wir sie die ganze Zeit schon sammeln? Echt? Ja, denke ich schon. Aber ich werde immer hier von diesen scheiß Viechern angegriffen, ne? So, jetzt wollen wir eine unbedeutende Klüge herstellen. Sammeln geht immer, ja. Verzauberungstisch. So, herstellen. Eine Tarn. Da gibt es bestimmt auch Leute, die damit ihr Geld machen, oder? Den ganzen Tag sammeln. Stellt eine unbedeutende Klüge des Lebens her. Sammeln, sammeln, sammeln. Deni, Denima. Achso, ich kann da verschiedene reinstellen. Tadari, Yorah. Ja, es gibt Gilden, die machen das. Okay. Stimmt, es gibt nur Sammelgilden, ja. Die spielen, die farben den ganzen Tag nur und verkaufen das. Im Ernst? Ja, wer Spaß dann hat. Es gibt auch richtige Händlergilden. Ich glaube, das wäre mir zu langweilig. Tja. Ah, jetzt habe ich die falsche Rune. Mache ich jetzt die falsche Rune? Ich habe die folgende Rune übersetzt. Oko ist gleich Leben. Guck mal, der eine hat hier einen Geisterhirsch. Oder was das sein soll? Äh, was jetzt da? Nö, jetzt einfach. Sprech mit Daniel, Taletto, was? Hä? So. So. Das muss ich Alchemie machen. Okay. Beschafft Bergblume, beschafft Akelei, beschafft natürliches Wasser. Ich hatte halt von den Typen die Quests zuerst. Ja, ja. So. Kann alles eingelagert werden hier. Zack. Ah, Hornblitzstab. Ne, doll. Was soll ich denn damit? Äh. Ich glaube, im Moment ist erstmal Gold wichtig, oder? Ja, soll ich das lieber hier einschmelzen? Ich weiß nicht, herstellen. Achso, ich muss ja auch noch was herstellen. Stimmt, für die Quest. Äh. Dolch, genau. Ein Dolch. Und zwei. Und eine Haube muss ich glaube auch noch. Gut. Achso, nochmal. Schulterschutz auch noch. Gut. Haben wir ja fertig, wa? Die Quest. Schön. Gut. Haben wir die nächste Daily fertig? Was ist denn das hier? Okay. So. Gut. Aber ich glaube, so schnell werden wir die nicht nochmal machen, weil das halt, das tut ganz schön, oh. Bin ich runtergesprungen. Das tut ganz schön aufhalten, ne? Also wenn du überlegst, wir haben jetzt noch nicht mal Level gemacht, das ist schon, tut mega aufhalten. Aber ist schon mal gut, wenn wir das, jetzt sage ich mal, schon mal wissen, wie was funktioniert. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Schön, schön. Na gut. Stufe 10. Super. Jetzt kriege ich meinen Hund. Komm her. Du hast gesagt, ich kriege einen Hund von dir. Ja, gesagt, Stufe 10 soll ich mal. So, ich habe mein Pferd freigespült. Manche Leute machen das mit allen ihren 18Ks. Echt. Die machen das den ganzen Tag herstellen. Echt jetzt so? Oh, da muss ich durchdrehen. Ja, das wäre mir echt langweilig. Also ich bin lieber so, ich möchte lieber kämpfen. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Vielen Dank.